Das ist so ein Monster ab. Was ist das für ein geiles Outro? Ich hab auch noch einen anderen, ne? Ich bin Fortnite-Galaxy-Skin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist der beste Skin ever! Okay, komm mal. Bist du schon raus? What? Ja Leute, ich weiß, ich brauche unbedingt einen neuen Prozessor. Ah, geht hier aufnehmen, war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. What the fuck, was ist das? Guck mal, das bin ich. Guck mal, Tim. Ich bin Oma-Schwitten. Guck mal. Hörst du das? Geil. Verflamm dich. Hör mal auf. Ich hab noch bessere Sachen, ja? Du musst jetzt hier gleich so kommen mit dem Scheiß. Wie das aussieht? Das heißt einfach Oma-Schlitten. Aua! Du hast deine andere Tür auch verloren. Nein, geh weg. Warte, Tim bleib kurz draußen. Hallo. Aua! Boah! Was ist das denn? Nein! Nein! Oha, Junge, wie cool! Deck auf! Oh, sorry. Guck mal, diese, diese Knarren. Junge, wie cool! Alter! Hallo! Junge und cool! Oh! Mann! Ich bin an meinen eigenen Stacheln gestorben! Echt? Ja, ich bin entgegengelaufen! Wenn du dich bestest, aber du nicht gelaufen! Wenn du dich bestest, aber du nicht zufrieden! Äh, hehehehe. Gimmie, 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 gammie, gammie, baby! Welches, äh, welches Sternzeichen hast du? Zwilling. Zwilling? Hm. Egal, einfach nur so, wir haben hier, in diesem Alter verliehen die, äh, Sternzeichen ihrer Jugendfreudigkeit. Löwe 16, äh, und, äh, Zwilling 24. Hehehehe. Zwei Jahren! Hehehehe. Let's go! Junge, du bist... Oha! Warte mal. Welches Tor müssen wir machen? Äh, das wo ich bin. Deren Bälle in unsere, oder ist es egal? Ich hab ein Tor gemacht. Das mit dem Tor verstehe ich aber mit den Bällen. Warum? Du musst die Bälle da reinkriegen. Das war so schwer. Alter, du schießt. Ich bin da rein. Ja. Nein. Wir hatten ein Eigentor. Ja, ja, ja. Ja. Ja, nice. Noice. Oh, wir haben 9 Uhr. Ja. Hä, die sind voll krass. Oha, das... Das ist voll schwer. Boah, also mein Panzer ist dafür scheiße. Also mein Wagen. Mhm. Weil ich bin so klein. Und ich kann den Wagen nicht so gut, äh, wegverpacken. Nein. Oh, scheiße. Ich hab einen großen Tor gemacht. Großes Tor. Ja, mach ihn da rein. Würden wir es ja nicht schaffen. Ach, ficken. Muss auch noch mal ein bisschen klarkommen mit meinen Wachsen. Die Waffen bringen halt einfach gar nichts. Naja. Ja, los. Ich hab ihn weggekickt. Nein. 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 Hast du, wir haben gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Was? Punkte? Ja, Winner, Winner, Chicken Dinner. Oh, guck mal. Ich bin bester. Punkte. Ich hab einen easy. Ein Tor. Guck mal, Skarab ist... Guck mal, ich bin der beste Spieler. Skarab ist, glaub ich, am besten. Ja, ich bin am besten. Nein, Skarab. Das Auto. Ja. Ich hab neun Punkte gemacht. Fünf Tore. Diese Bitch. Hm, Katzen sind so süß. Bibi ist einfach viel süßer als Ellie. Ellie stinkt, frisst Kacke, pisst irgendwo hin. Kacke irgendwo hin, muss man wegmachen, muss man. Katzen geht... Das Katzen... Äh... Wurde was teurer, stinkt mehr. Katzen... Weißt du... Bei Bibi zum Beispiel, da muss ich aufs Klo gehen. Oder... Damit ihr... Das Futter schwingt nicht so, ist billiger. Bibi ist irgendwas. Herr Runde zwei? Ach, wir haben... Mega viele Runden. Oh. Wie viele haben wir? Vier. Jaja. Dann ist fünf. Ich glaube, wir müssen so lange nicht spielen, aber... Ja. Oder? Also bei mir stand das gerade auch... Boah... Boah... Und so. Bibi... Oh, wie laut. Endlich mit dem kleinen Ball. Pass ich halt auf, dass die... Ein Torwart. Ich mach mit dem Torwart. Gib mir den Ball. Geht auf. Schwierig. Oh. Hör auf so ein Verbrennungsdinges. Ja, der ist super. Nein, du hast den wieder... In die richtige Richtung. Fuck. Ja, roll rein. Easy. Nein. Oh, hier ist so ein Panzer, der verteidigt ist. Ein Auto wurde zerstört von einem Teamate. Nee. Ich komm mal. Ich komm mal. Ich kann's da gar nichts machen. Wo ist mein Ball? Boah, wie hoch ich bin. Gewinn mein Ball. Der schießt 50 Punkt. Sorry, Tim. Ich hab jetzt auch mal ein Tor. Du bist Tim. Ja. Ja, trotzdem. Ja, nein, so ein Tor. Mein erstes Tor, ja. Welcher das ist? Wo ist er? Wo ist er? Wer das? Oh. Wann ist er gelieft? Na schau, der ist re-spann. Ja, rein. Tor. Ist er gelieft? Ja, er ist gelieft. Nice. Ja, ist er. Da steht doch halt. Er hat das Spiel verlassen. Geil. Wieso abgefahren? Also in so einer Seite. Stucked. Also, dass er nicht mehr rauskommt. Ja, Leute, ich hab alle 90.000 bekommen. Oha, ich auch. Ich bin Stufe 2. Ja, das lohnt sich ja mega. Danke fürs Shootdown, Leute. Ja, es value ich. J exceed 스cheitieren. Ja, doch jetzt irgendwann mal wie bei unseres Interviews. Ich helst Kollegen, wo ich auch gesehen. Undürfenster estoy in das Imp,- Änders alsousoht. población von München, wie eines mate wilde Kunden", oder? Also, nicht nur noch eine Frage. Es geht doch. udaht Grindeloworkommad Uschi voltar. Bis zum nächsten Mal.